Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Hallo? Ja. Oh, oh, sorry. Ja, we're running late. Uh, just come upstairs, please. Uh, 4th floor. Yep, thanks. Machst du bitte bisschen schneller. Schneller, schneller. Ja, schon. Geh. Hopp. Dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Nee, überhaupt keine Zeit. Guck mal, wie schön du bist. Ah, nein! Ich hab nie gesehen. Wissen wir? Oh, komm, komm. Oh, nein, jetzt auf! Oh. Hi, Angeline. Philipp. Come on in, please. Okay. Just need to finish our packing and then we'll be on the road. That's, uh, Tom, my boyfriend. Hi, hi. Hey. I'm Tom, nice to meet you. Hey. Philipp. Would you like something to drink? Yeah. Water? All right, yeah, have a seat. Okay. All right, so how did you like your stay in Vienna? Ah, Vienna was good. Okay. Thank you. You're welcome. Yeah. So where are you coming from? I come from Gambia. All right, yeah. We've been in Mali like, uh, four years ago or something. So beautiful. That's nice. Yeah, it's really, it's really nice. Yeah, we really like Africa. Yeah. Right. All right. Okay. So. Do you want to, do you want to know? Yeah, sure, why not, yeah. Okay. 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 All right, thank you. Thanks. Okay. 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 Are we still there? Yeah. – Ja, wieso nicht? – Na ja, schon, schon ein Flüchtling, oder? Fragen halt, wenn es dich interessiert. Du weißt, dass wir uns straffer machen, wenn wir den mit über die Grenze entnehmen. Sagen wir es da stehen lassen, oder was? Nein, nein, aber … Autoschlüssel? Ja, aber … Okay. Was ist denn jetzt noch? Ehm, I know, it's a really weird question, but … Do you have a passport? Ja, du spielst jetzt? Okay, can I see it? Okay. No, you don't have to. Das ist total rassistisch. Ich weiß. Du kannst doch jetzt nicht von dem den Passport nehmen. Wieso? Fühl dich doch nicht so wie ein beschissener Bulle auf, was soll denn das? Don't worry about it, he's just … Okay, yeah. Thank you. Thank you. Can we go now? Was denn? Du weißt, ich schreib bald mein Examen, und eine Strafanzeige kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Verstehst du das? Das ist echt scheiße. Ist ja Mitfahrgelegenheit, du bist der Fahrer, ich meine, jetzt fühl dich nicht so auf. Ja, okay, wir gehen offiziell als Schleuser, wenn wir den Typen da mit über die Grenzen nehmen. Der Typ heißt Philipp. Ja, ich bezweifle, dass der Philipp da ist. Vielleicht, wir sollten in Englisch sprechen, so Philipp kann es auch verstehen. Ja, natürlich, ich bin sorry. Er ist so sorry. Ich bin wirklich sorry. Wir sind wirklich so sorry. Ich bin wirklich sorry. Ich bin wirklich sorry, ich will nicht komplizieren. Oh, du nicht. Du definitiv nicht machen. Wir sind wirklich so. Das ist nicht der Punkt. Aber du bist illegal. Es ist kein illegaler Weg in Deutschland. Ich weiß. Okay, das ist wirklich nicht dein Fals. Wir sind wirklich so sorry. Wir sind wirklich so sorry. Er ist definitiv sorry. Und wir sind jetzt weg. Vielleicht kriegt er sein Asyl. Das kann ja sein. Aber wir haben die Scheiße dann am Hals. Verstehst du das? Man muss sich keine Gedanken darüber machen. Und wir haben immer die Scheiße am Hals. Ja, man muss damit. Weil er schon viel beschissendere Sachen erlebt hat. Und das wir jetzt. Ich bin nicht Mutter Theresa. Ja, und? Ich bin nicht Mutter Theresa. Du kannst nicht jedem helfen. Ich würde ihm doch auch gerne helfen. Aber es ist einfach zu gefährlich. Okay. Wir können dich nehmen. Warum? Nein, wir können dich nehmen. Es ist zu gefährlich. Wir werden ihn definitiv nehmen. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Maybe we, you take the money back. Geh, du kannst doch mit dem jetzt umgeben. Und you take the train or something. You're not gonna take the train. You take the train. I'm so sorry. Ich jetzt. Maybe you take the train. Halt dich Fresse jetzt! Aber drei Schritte zu weit, ge? I'm so sorry, Philip. Okay, gut. You're ready, right? We're now leaving. Come on. Okay. You know, I... Huh? I can call the police, you know. Why? Ich mach's nicht. The police. Don't worry. It's not gonna call the police. Okay. Du bist so ein Arschloch. Drohst du ihn gerade mit der Polizei? Hm. Give mir jetzt den Autoschlüssel. We're gonna leaving. Okay. We're definitely leaving. Come on. Hey! Danke! Okay. Are we going? Yes, we can. Okay. Okay. Echt, yes. So, um... What can I do then? Do you not jump high? Yeah. Do you not own it? Who is so balanced? I don't know. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.